Ein Flugzeugträger ist ein Kriegsschiff auf dem Militärflugzeuge starten und landen können. Die heute im Einsatz befindlichen Flugzeugträger bilden den Kern einer Trägerkampfgruppe. Mit ihrer Hilfe kann eine Nation weltweit militärisch handeln, auch ohne Stützpunkte im Konfliktgebiet zu unterhalten. Moderne große Flugzeugträger mit einer Verdrängung von über 75.000 TNL werden manchmal auch Super Guerrier genannt. Geschichte Dem US-Amerikaner Eugene Bertnelly gelang am 14. November 1910 um 15,30 Uhr von einer am Bug der Birmingham angebrachten Plattform mit einem Curtis Doppeldecker der erste Start von einem Schiff zwei Monate später, am 18. Januar 1911 gelang ihm auch die erste Landung auf einem Schiff. Er landete mit seiner Maschine auf der Pennsylvania, die eigens dafür mit einer hölzernen Plattform ausgerüstet worden war. Nach einem kurzen Aufenthalt an Bord flog er wieder zurück an Land. Am 6. September 1914 wurden der österreichisch-ungarische Kreuzerkaiserin Elisabeth und das deutsche Kanonenboot Jaguar vor Zingtau-Ziele des ersten seegestützten Luftangriffes in der Geschichte. Beide Schiffe wurden dabei nicht getroffen. Der Angriff erfolgte durch das japanische Flugzeugmutterschiff Wakamiya. Die in Frankreich gebauten Farman Doppeldecker Wasserflugzeuge mussten per Bordkran ausgesetzt und gestartet werden. Die Entwicklung der Flugzeugträger begann bereits vor dem Ersten Weltkrieg zunächst mit Handels- und Kriegsschiffen, die durch entsprechende Umrüstung zu sogenannten Seeflugzeugtragenden Flugzeugmutterschiffen wurden. Die britische Argus war zum Ende des Ersten Weltkriegs hin der erste vollwertigen Flugzeugträger für Radflugzeuge. Die Japaner folgten bald darauf mit der Horshow. Und auch die US Navy fand den Anschluss an diese Entwicklung mit dem umgebauten Kohlenfrachter Jupiter, der nach dem Umbau den Namen Langley und die Kennung CV-1 erhielt. In den 1920er und 1930er Jahren wurde sowohl die Technik der Flugzeugträger als auch die der Flugzeuge ständig weiterentwickelt. So startete im Jahr 1930 die Royal Navy ihren Flugzeugträger Courages mit einer der ersten brauchbaren Fangseilanlagen aus. Im Zweiten Weltkrieg spielten Flugzeugträger erstmals eine äußerst wichtige Rolle. So stützte sich der Vernichtende Luftangriff Japans auf Pearl Harbor im Dezember 1941 auf eine Flotte von sechs Flugzeugträgern, von denen Sturzkampfbomber und Torpedobomber starteten. Japaner und Amerikaner setzten in der Schlacht im Korallenmeer im Mai 1942 und in der Schlacht um mit Way im Juni 1942 trägergestützte Flugzeuge ein, um das jeweilige gegnerische Trägergeschwader zu vernichten. Der Flugzeugträger war von Anfang an die Hauptwaffe zur Seebeherrschung im Pazifikkrieg. Zur Vermehrung des Trägerbestandes wurden ab 1942 auch Kreuzerrümpfe zu leichten Flugzeugträgern fertiggestellt. Damit entstanden neun Schiffe der Independence-Klasse. Zwei Einheiten der leistungsstärkeren Saipan-Klasse konnten nicht mehr in das Kriegsgeschehen eingreifen. Der Krieg in Afrika zwischen den italienischen Streitkräften und dem deutschen Afrikakurs auf der einen Seite und den britischen Streitkräften auf der anderen Seite wurde entschieden. Entscheidend beeinflusst durch britische Flugzeugträger, die die Geleitzüge zur Versorgung der Mittelmeerinsel Malta sicherten und Malta mit Flugzeugen zum Abwehrkampf gegen die deutschen Bombenangriffe versorgten. Immer wieder wurden Flugzeugträger eingesetzt, die nur Jagdflugzeuge transportierten, die dann von den Trägern zur Insel Malta flogen. Zur Verstärkung der Luftabwehr der Insel Vom britischen Stützpunkt Malta aus wurde der Nachschub über See für die deutsch-italienischen Truppen in Afrika entscheidend durch die Versenkung von Nachschubschiffen getroffen. Im Atlantik wirkte sich die Luftüberwachung durch Geleitflugzeugträger stark auf den Kampf der deutschen U-Boote gegen den Versorgungsverkehr nach. England aus die Geleitflugzeugträger hatten ihren Anteil am Sieg über die deutschen U-Boote. Der erste und bisher einzige deutsche Flugzeugträger Graf Zeppelin lief 1938 vom Stapel. Er wurde jedoch nie fertiggestellt und im August 1947 als nicht nutzbare Kriegsbeute durch zwei Torpedoschüsse sowjetischer Kriegsschiffe in der Ostsee versenkt. Mitte der 1950er Jahre wurde der Wechsel von Propeller zu Strahlflugzeugen auf Flugzeugträgern vollzogen, was nur mit neuem großen technischem Aufwand auf den Trägern zu bewerkstelligen war. Weil die Strahlflugzeuge viel schwerer waren und viel höhere Landegeschwindigkeiten und Startgeschwindigkeiten hatten, man hatte anfangs große Schwierigkeiten beim Einfangen und beim Abschleudern der Maschinen. Mit der Enterprise führte die United States Navy im Jahr 1961 den ersten atomgetriebenen Flugzeugträger der Welt ein. Die Enterprise war bis zu ihrer Außerdienststellung am 1. Dezember 2012 mit 342 Metern Länge das längste Kriegsschiff der Welt. Der neueste Träger der amerikanischen Marine führt die Kennung CVN 78 und wurde als Typschiff der aus dem CVN 21 Programm hervorgegangen, Nachfolgern der Nimitz-Klasse auf den Namen Geralt R. fortgetauft. Die Schiffsaufwüffern 2013 statt. Die Indienststellung ist für 2016 geplant. Dieser Träger soll die Nachfolge der Enterprise antreten. Indien weihte im August 2013 seinen ersten selbstgebauten Flugzeugträger ein. Die Vikrant. Indien ist damit das sechste Land der Welt, das einen selbstgebauten Flugzeugträger hat. China hat keinen solchen. Die Liwaning ist ein Schiff, das früher war ja kies. Der Sowjetmarine gehörte und das 1998 halbfertig von China gekauft wurde. Sowjetische und nachfolgend russische Trägerschiffe wurden, werden offiziell immer mit dem Begriff Flug der Kreuzer bezeichnet. Da der Vertrag von Montreux die Durchfahrt von Flugzeugträgern durch die Dardanellen verbietet, um die Träger dennoch von den Werften und Häfen an der Schwarzmeerküste ins Mittelmeer und zurück verlegen zu können, verwendet man diese Bezeichnung. Bedeutung und Untertypen von Flugzeugträgern Flugzeugträger sind die größten Schiffe, die von der Marine eingesetzt werden. Die Träger der US-amerikanischen Nimitz-Klasse, die von zwei Atomreaktoren und vier Dampfturbinen angetrieben werden. Haben bis zu 6.300 Mann Besatzung und das letzte Schiff dieser Klasse kostete 6,3 Milliarden US-Dollar. Die monatlichen Betriebskosten eines Flugzeugträgers dieser Größe betragen ca. 13 Millionen Dollar. Untertypen von Flugzeugträgern Glottenflugzeugträger Leichter Flugzeugträger Geleitflugzeugträger Flugdeckkreuzer Amphibisches Angriffsschiff Kubschrauberträger Außerdem werden Flugzeugträger in Glatdeckträger, also Flugzeugträger ohne Insel, und in Träger des Inseltyps unterschieden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden nur noch Flugzeugträger des Inseltyps gebaut. Lediglich 13 Staaten besitzen Flugzeugträger, Frankreich, Indien, Russland, Spanien, Brasilien, Italien, Thailand, das Vereinigte Königreich, Japan, Südkorea sowie die Vereinigten Staaten. Das chinesische Tourismusunternehmen Chonglu tat 2002 den ehemaligen sowjetischen, nicht fertiggestellten Flugzeugträger Vajag von der Ukraine gekauft, offiziell um daraus ein schwimmendes Spielcasino zu bauen. Er wurde jedoch in Dalian vollendet. Lief am 10. August 2011 zur ersten Probefahrt aus und wurde am 25. September 2012 unter dem Namen Learwarning in Dienst gestellt. Des Weiteren hat Australien seit kurzem ein STVL-Schiff der Canberra-Klasse in Dienst. Ein weiteres ist im Bau. Die größten und meisten Flugzeugträger gehören zur Flotte der United States Navy. Die Träger aller anderen Länder sind deutlich kleiner als die der US Navy. Lediglich Großbritannien plant aktuell den Bau von zwei neuen, deutlich größeren Flugzeugträgern der Queen Elizabeth-Klasse. Allerdings werden auch diese von geringerer Größe sein als die Flugzeugträger der US Navy. Frankreich hat inzwischen Interesse an diesem Projekt bekundet und denkt über eine Beteiligung nach. Eine definitive Entscheidung liegt jedoch noch nicht vor. Die strategische Bedeutung des Schiffstypus Flugzeugträger verdeutlichte US-Präsident Bill Clinton in einer Ansprache an die Streitkräfte im Jahre 1993. Die US Navy hat auch mehrere amphibische Angriffsschiffe im Dienst, sogenannte Amphibia-Sis-Soul-Ships. Diese kleineren, vielseitig einsetzbaren Flugzeugträger dienen dem Transport von etwa 3000 Soldaten des US Marine Corps sowie zusätzlichem militärischen Gerät wie, zum Beispiel Landungsbooten. Neben Hubschraubern können auch senkrecht Startende-Kampfflugzeuge auf dem Flugdeck stationiert werden. Großbritannien und Frankreich verfügen ebenfalls über solche Schiffe. Eine Besonderheit waren Flugzeugmutter-Schiffe und Seeflugzeugträger. Sie trugen Schwimmerflugzeuge oder Flugboote, die nach dem Niedergehen auf dem Wasser mit einem Kran an Deck geholt wurden. Der Start erfolgte ebenfalls vom Wasser aus oder mit einem Flugzeugkatapult von Deck. Mit der Entwicklung von mit Flugdeck ausgerüsteten Flugzeugträgern, auf denen Radflugzeuge starten und landen konnten, wurden diese Schiffe öpseler. Als Beispiel ist die Schwabenland erwähnenswert, die bei der deutschen Antarktisexpedition 1938 39. eingesetzt wurde, um Dornier-Wahl-Flugboote per Katapult zu starten und dann per Flugzeughebekran wieder an Bord zu nehmen. Ebenso erwähnenswert sind die U-Boot-Flugzeugträger der japanischen Marine im Zweiten Weltkrieg, die I-400 und am Klassen, welche ebenfalls als Mutterschiffe agierten und Wasserflugzeuge in teilweise zerlegtem Zustand transportierten und zum Start aussetzen konnten. Technik Rumpf Der Rumpf eines Flugzeugträgers der amerikanischen Nimitz-Klasse ist knapp 333 Meter lang und hat einen Tiefgang von bis zu 12 Meter. Die britischen Träger der Invincible-Klasse sind rund 210 Meter Länge, ein gutes Drittel kleiner. Der Rumpf von Schiffen der Essex-Klasse besteht aus Stahl mit einer Dicke von mehreren Zentimetern. Unter der Wasserlinie besteht der Rumpf als Schutz vor Beschädigung aus einer Doppelhülle. Stabilität und Sicherheit werden durch die Einteilung in Schotten und Decks erreicht. Über der Wasserlinie wird der Rumpf, um das Flugdeck zu tragen, immer breiter und bietet dadurch auch mehr Raum für Hangars und andere Räume. Unter dem Flugdeck befinden sich die untereinander verbundenen Hangars, die die dreifache Höhe normaler Decks haben. In diesen sind die Flugzeuge untergebracht und können dort gewartet werden. Sie werden über bis zu vier Aufzüge, die sich seitlich am oder direkt im Rumpf befinden, zum Flugdeck gebracht. Weitere drei Decks unter den Hangars befinden sich wie Maschinenräume. Um möglichst viel Platz für das Flugdeck zur Verfügung zu haben, sind bei allen modernen Trägern die Kommandobrücke, alle Antennen und Radaranlagen auf einem einzigen Decksaufbau untergebracht. Diese sogenannte Insel liegt meistens an der Steuerbordseite. Der Rumpf ist auf Schnelligkeit ausgelegt, daher wird der maximale Völligkeitsgrad erst im hinteren Teil erreicht. Durch diese Auslegung und die Länge des Schiffs wird eine hohe Rumpfgeschwindigkeit erreicht, welche in Kombination mit einem leistungsfähigen Antrieb eine hohe maximale Geschwindigkeit ermöglicht. Die Stabilität geht damit vom Heck aus. Beim Vergleich der Ansicht eines Frachtschiffes und eines Flugzeugträgers von schräg vorne ist zu erkennen, wie schmal der Bug eines Flugzeugträgers ist. Flugdeck-Flugzeugträger gibt es in zwei grundlegenden Konfigurationen. Die meisten besitzen ein flaches Deck als Start- und Landefläche für Flugzeuge. Ein Dampfkatapult beschleunigt das Flugzeug, das seinen Start durch vollen Schub unterstützt, in zwei Sekunden auf Startgeschwindigkeit. Um auf dem Träger zu landen, muss ein Flugzeug mit seinem Fanghaken eines von mehreren quer über dem Deck ausliegenden Stahlseilen aufnehmen. Es wird dann innerhalb von 100 Metern zum Stehen gebracht. Bei großen Flugzeugträgern ist das Flugdeck versetzt. Dadurch erhalten Flugzeuge, die die Fangseile verfehlt haben, die Möglichkeit durchzustarten, ohne Gefahr zu laufen, in die am Bug abgestellten Maschinen zu stürzen. Für diese Art der Flugoperationen werden spezielle trägergestützte Flugzeuge benötigt, die für solche ausgelegt sind. Das Prinzip wird als Conventional Take-off and Landing bezeichnet. Der zweite Ansatz von vielen Marinen, wie der der Briten, Italiener, Spanier, Inder und Russen, ist eine Art Sprungschanze an einem Ende des Decks, ein sogenannter Skijump, die dem Flugzeug beim Start hilft. Diese Schiffe werden als STOVL oder STOBAL Flugzeugträger bezeichnet. Das Prinzip wurde Ende der 1970er Jahre von der britischen Royal Navy entwickelt, um eine kostengünstigere und kleinere Art von Flugzeugträgern zu bauen. Nachdem es sich im Falklandkrieg bewährt hatte, begannen auch andere Nationen, dem britischen Beispiel zu folgen. Dies funktioniert mit senkrecht startenden Gats wie der britischen Hocker Sedelei Harrier, die fast ohne Vorwärtsbewegung starten und landen können, aber auch mit anderen Flugzeugen, die über entsprechend leistungsfähige Triebwerke verfügen. Der modifizierte Abflugwinkel gibt in diesem Fall dem Flugzeug mehr Zeit nach Verlassen des Flugdecks, auf eine für den Horizontalflug ausreichende Geschwindigkeit zu beschleunigen. Katapulte entfallen somit bei senkrecht Startern zusätzlich auch die Fangseile für die Landung. In beiden Fällen läuft das Schiff während Start- oder Landeoperationen mit bis zu 35 Knoten gegen den Wind, um die notwendige Geschwindigkeit des Flugzeuges über dem Trägerdeck bzw. die relative Stallspeed herabzusetzen. Der Unterschied zur wahren Geschwindigkeit über Grund ist somit nur mehr die zusätzliche Reduktion dieser durch die Relativbewegung des Flugzeugträgers gegenüber der Erdoberfläche. Beispiel, einmotorige Sportmaschinen, wie zum Beispiel die Katana DER-20 mit einem sehr geringen Stallspeed, könnten auf einem Flugzeugträger mit 35 Knoten Fahrt und bei rund 20 Knoten gegen Wind, also in Summe 55 Knoten Truairspeed über Deck, wie Hubschrauber starten und landen. Antrieb Die modernen US-Träger sowie die französische Charles de Gaulle beziehen die Energie für ihre Dampfturbinen aus mehreren Druckwasserreaktoren, wodurch sie eine sehr große Leistung und Reichweite haben. Alle anderen Flugzeugträger werden konventionell mit Kesseln oder Gasturbinen angetrieben. Mit bis zu vier Schrauben erreichen sie eine Geschwindigkeit von über 30 Knoten. Kennung Im Gegensatz zu Fregatten oder Zerstörern gibt es international keine einheitliche Kennung für Flugzeugträger. Kennungen der US-Navy Die Flugzeugträger der US-Navy werden traditionell bedingt mit CV, gefolgt von einer Nummer gekennzeichnet, also zum Beispiel CV-6 für die Enterprise des Zweiten Weltkriegs und CV-N65 für die bis 2012 aktive Enterprise. Die Zahl bedeutet in diesem Fall somit den 6. bzw. 65. in Auftrag gegebenen Flugzeugträger der US-Navy. Das C steht für Kreuzer, da Flugzeugträger in ihren Anfängen umgebaute Kreuzer und ursprünglich der Scouting Force zugeordnet waren. Der Buchstabe V leitet sich sehr wahrscheinlich aus der Luftfahrt und ursprünglich vom französischen Verb Wohler und folglich dem englischen Begriff Vollplane ab. V deklariert bei der US-Navy eine bestimmte Klasse von Fahrzeugen, die schwerer als Luft sind, sich in Selpiger aber von alleine bewegen können. Diese Klasse beinhaltet auch alle Starrflügelflugzeuge. Vermutlich aus diesem Grund hat die US-Navy die Bezeichnung V gewählt, auch deshalb, weil circa bereits für schwere Kreuzer und AC für Kohle- und Treibstofftransporter vergeben war. Ein Flugzeugträger mit der Kennung CV hat somit die primäre Aufgabe, Starrflügelflugzeuge zu tragen. Die häufig verwendeten Bezeichnungen Carrier-Vessel oder Carrier-Vehicle hingegen sind nicht korrekt, werden aber selbst im militärischen Sprachgebrauch oft verwendet. Atomgetriebene Flugzeugträger tragen den Zusatz N für Nuklear. Die Kennung aller heute aktiven US-Flugzeugträger ist aufgrund des Atomantriebs daher CVN. Der Zweite Weltkrieg führte zu folgenden weiteren, heute aber nur mehr selten verwendeten, Bezeichnungen in der US-Navy. CVI – Geleitflugzeugträger CVL – Leichter Flugzeugträger CVB – Große Flugzeugträger CVA – Angriffsflugzeugträger CVSU-Jagdträger AVT – Trainingsflugzeugträger Andere Typen von Trägern, deren Hauptaufgabe nicht das Operieren von Starrflügelflugzeugen ist, werden wie folgt gekennzeichnet. LPH – Amphibische Landungsträger für Helikopter und Marineinfanteristen LHD – Helikopterträger LHA – Gleiche Eigenschaften wie LHD, jedoch als amphibisches Angriffsschiff ausgelegt. Kennungen der Royal Navy Die Flugzeugträger der britischen Royal Navy tragen die Kennung R. Während des Zweiten Weltkriegs bezeichnete die Royal Navy Flugzeugträger, die im Atlantik stationiert waren, mit D, jene im Pazifik mit R. Um die Kennungen zu vereinheitlichen, wurden später alle Flugzeugträger mit R bezeichnet, da D nur noch für Zerstörer verwendet wurde. Die genaue Bedeutung der Abkürzung R ist heute nicht mehr genau nachvollziehbar. Sie hat aber wahrscheinlich ihren Ursprung im alten Kennungssystem der Royal Navy, dessen Buchstaben sich auf die Heimatbasis der Schiffe bezogen. Kennungen anderer Staaten Viele Nationen haben die Kennung R der Royal Navy übernommen, es gibt aber auch Ausnahmen. Italien kennzeichnet seine Flugzeugträger nur mit Nummern. Russland besitzt zur Zeit nur einen Flugzeugträger, der jedoch aus seerechtlichen Gründen als schwerer Flugdeckkreuzer klassifiziert ist. Brasilien kennzeichnet seine Flugzeugträger auch mit dem Präfix NAE. Im Verband Flugzeugträger operieren nie alleine, sondern zusammen mit verschiedenen Begleitschiffen, die für Schutz und Versorgung sowie zusätzliches Offensivpotenzial sorgen. Diese Begleitflotte setzt sich in der Regel aus Kreuzern, Zerstörern und Fregaten zusammen, die den Verband gegen Bedrohungen aus der Luft durch andere Seereinheiten oder durch U-Boote schützen. Zusätzlich werden U-Boote zur Aufklärung und U-Jagd eingesetzt. Versorgungsschiffe und Tanker erweitern den Aktionsradius der Trägergruppe um ein Vielfaches. Außerdem können diese Schiffe zusätzliche Offensivkapazität bereitstellen, zum Beispiel Marschflugkörper. Ältere sowjetische Flugzeugträger verfügten ihrerseits über eine so starke Eigenbewaffnung, dass sie nicht auf den Schutz weiterer Begleitschiffe angewiesen waren.